Ihr seid herzlich eingeladen zu Schlag den Progo, kommt's vorbei und wir matchen uns bei Beiselspiel-Klassikern wie Fitchigogon, Ammeln, Wutzeln und noch viel mehr. Das Auswärtsspiel ist am Freitag, dem 26.01. im Q19 Töbling und das Heimspiel ist am 27.01. im Ruma Eleven Simmering. Akustikgitarren haben wir auch mit für den einen oder anderen Song. Wir freuen sich auf euch, bis dann, Servats!